Wir wissen ja alle, ne, wir wissen ja alle, seit geraumer Zeit, kursiert hier etwas rum, ne. One Piece bekommt ja eine Live-Action-Serie, okay, das ist ja eine News, die wir schon länger haben. Ich will, ich will nicht drüber sprechen, wie sie meine arme Going Mary Flying Lamp massakriert haben, weil das Ding, Alter, das sieht so aus wie der Fake-Goat des Basketballers LeBron James, wenn er mit 38 mal wieder eine Overtime gezockt hat, ähm, aber, ja, wir wissen auf jeden Fall, es kommt eine Live-Action-Serie raus und, äh, wir haben gestern Material bekommen, und, äh, ja, das ist, das ist, das ist, das ist das Titelbild davon, ein bisschen Low-Quali von meiner Seite, aber das ist ja nicht so schlimm. Geil, skippt mir mal eure Takes, gibt mir mal eure Takes, was sagen wir, was sagen wir denn zu dem Ganzen, was sagen wir zu dem Ganzen. Na, mir ist geil, das ist, das ist, äh, euer, euer kritischer, eure kritische Review zu dem Ganzen. Mal schauen, wird wahrscheinlich Trash, aber vielleicht auch ganz witzig. Okay, also, ähm, Kawa sieht ja ganz cool aus, muss ich sagen, ne, Kawa sieht ganz cool aus, ähm, ich finde Zorro, dass er so haut eng breite Rücken, auf jeden Fall Zorro finde ich am besten gecatcht, Schlüssel in der Hocke, in der Russen-Hocke mit Sonnenblumenkerne in der, äh, in der Tasche, sehr, sehr fresh, Nami, ja, Nami zeigt ein bisschen, was sie hat, äh, aber, sie, äh, ne, sieht ja eigentlich stabil aus. Er kommt jetzt zu Ruffy und er hat diese klassischen dünnen Arme, die ein bisschen muskulös sind, also passt ja auch zu seinem Design, so viel, soweit, so gut, aber dann, meine Damen und Herren, dann, dann kommt es. Was ist hier passiert? Ruffy hat einfach fucking, ich weiß nicht, was ist das, Crocs? Sind das Crocs? Okay, jetzt, jetzt die Frage, warum ist das denn so? Die R, die Wano Kuni 1 wurden geschäftet, er hat jetzt komische, äh, Schuhe an, keine Sandalen. Ah, die Sandalen sind schmerzhaft lang zu tragen, deswegen haben sie es geändert. Ja, moin! Safe Schuhe von Netflix CEO wegen fehlendem Budget. Also gut, ne, also, vor, vor, vor eine Run gesagt, ne, das ist, also, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich, also, das ist wirklich eine Kleinigkeit, ne, das ist ja nicht, das ist ja nicht schlimm, das heißt ja nicht, dass es jetzt schlecht wird oder nicht, ne, das ist ja nur ein bisschen, haha, hihi, für uns, ne, also, wenn es Tag ist, juckt es, juckt es nicht, ne, ob, äh, ob, ob es ein Teil ändert oder nicht. Wenn man die Ausrede droppt, diesen, diesen nervig zu tragen oder so, weiß ich nicht, als wäre das nicht machbar, I don't fucking know. Aber ja, sieht, sieht auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen nach was, nach was aus. 2023, also, es kommt noch dieses Jahr, wir wissen aber nicht, wir wissen aber nicht, wann, wie es aussieht, ne. Ich bin immer noch ein bisschen zwiegespalten, also, ich bin ja nicht so ein, ich bin, ich bin persönlich nicht wirklich sold, von der Idee, One Piece Live-Action zu machen und bis jetzt das Material, was wir gesehen haben, äh, hat mich jetzt auch nicht so des, äh, Gegenteils überzeugt, ne. Ich glaube, One Piece ist auch sehr, sehr schwierig in, äh, Relay-Form zu bringen. Das heißt aber natürlich nicht, dass ich die, dass die Seele dann rauskommt und ich sie sofort mit dem Auge sehen werde, dass ich sie hassen möchte, das nicht, ne. Also, ich werde da natürlich ein normales Auge drauf haben und dann meine, äh, meine ehrliche, äh, ehrliche Meinung dazu geben. Äh, ich glaube, im Endeffekt, selbst wenn es rein sagt, wird es in der Legacy von One Piece nichts ändern. Ich glaube nicht, dass es einen großen Impact hat. Ich meine, wir sind auch heute nicht über Dragon Ball Evolution. Ja, es ist eine andere Zeit, aber ich glaube nicht, dass das einen großen Impact haben wird. Und über die Schauspieler kann man nichts sagen, weil, ich weiß nicht, ne. Guck mal, so, nur weil die nicht in vielen Sachen waren, kann man ja nicht sofort davon ausgehen, dass die trash sind. Es ist ja auch ganz gut, dass es neue Gesichter sind, weil, so ist es einfacher für uns, äh, die Charaktere mit den Schauspielern zu assoziieren, weil, ich sage euch ehrlich, so ein, äh, so ein Tom Holland Ruffy wäre schon ein bisschen weird gekommen, ne. Aber trotzdem, ich sag's euch, Sandalen ist eine Sache, okay? Sandalen sind eine Sache. Aber wenn die dann kommen und sagen, Bro, wir können bei Zorro nur zwei Schwerterstil machen, weil er kann das Schwert nicht im Mund halten, dann geht's aber los, Digga. Dann geht's aber los. Ich sage es euch, oder? Keine Ahnung, Zorro kann Bandana nicht tragen, weil sein, sein Blut im Gehirn wird abgekackt. Abgekappt. Dann, dann gibt's wirklich Schwierigkeiten. Aber Stand jetzt, Sandalenskandal, Sandalengate, ist okay, ist nicht schlimm. Überzeuglich selbst von den Schauspielern, aber, aber wie, ich weiß noch, ob es rauskommt. Ich hab eine Serie geguckt mit diesem Ruffy-Schauspieler, da fand ich den ein bisschen trash. Welche Serie war das? Das war diese eine, die auf Netflix gedroppt hat und dann ganz oben war für eine Zeit lang. Mag die Schauspieler nicht, aber von den CGI-Effekten kann es wirklich gut werden in der heutigen Zeit. Ja, weiß ich nicht. CGI ist das so eine Sache, ne? Also, klar, wenn du dir so Marvel-Zeugs ansiehst, dann auf jeden Fall. Aber, Digga, also, das Ding kommt dieses Jahr raus. Wir haben nicht mal einen Teaser-Trailer bekommen, ne? Das ist für mich schon ein bisschen besorgniserregend. Dass wir nicht was... Vielleicht, weiß ich nicht, ist es der Übershit und die wollen ja nichts zeigen, um dann alle zu flashen mit einem Schlag. Kann ja auch sein. Kann ja auch sein. Aber bis jetzt ist es schon ein bisschen besorgniserregend. Wenn Zorro in dieser Serie nicht 10 Liter Blut verliert, dann trash. Ja, ich schwöre, Zorro muss aber wirklich Blut raushauen. Auf jeden Fall, ganz Zeit. Hä, Zorro kann doch auch mit zwei Schwertern kämpfen. Ja, aber als wäre das in der heutigen Zeit nicht machbar, Alter. Baller ihn von mir aus auch ins scheiß CGI-Schwert rein. Für uns, guck mal, für uns ist Zorro ein etablierter Charakter, den wir lieben und den wir über so viele Jahre lang kennen und so, wisst ihr? Aber das, was Zorro am Anfang auch so geil gemacht hat, war einfach, dass er wie so ein Holzkopf mit drei Schwertern gekämpft hat. Das gehört schon dazu, deswegen möchte ich das nochmal sehen. 20 Millionen Dollar pro Folge, mehr als Game of Thrones Staffel 1. Also Destiny's Citrus, wenn das true ist, ich kann das gerade nicht backen, weil ich da nicht die Quellen für habe, aber dann weiß ich nicht, Digga. Dann hört sich das schon mal gut an, ne? One Piece ist ein Moment, der sehr, also es ist in einem sehr krassen Hoch. One Piece genießt gerade sehr, sehr, sehr viel Liebe. Der Manga ist super spannend, der Anime sieht fantastisch aus. Es kommt immer mal wieder ein Film raus. Allgemein ist der Talk to One Piece sehr, sehr krass aktuell. Wenn jetzt noch eine Live-Action-Serie kommt, die nicht unbedingt gut ist, sondern nur Average, kann das Ding nochmal so in alle Höhen katapultieren. Und es macht einfach nur Sinn, Geld reinzubuttert in One Piece. Und das könnte, das könnte, also ich sag euch, One Piece Live-Action könnte der absolute Redemption-Arc werden. Live-Action-Anime oder es könnte wirklich der Schlussstrich sein, dass man sagt, Bro, ich will nie wieder was davon sehen. Ich bin raus. Ich bin sehr gespannt, was das sein wird. One Piece wird, das wird sehr, sehr entscheidend werden. House of the Dragon, gleiches Budget pro Folge, also weiß man schon, dass die Standards krass sind. Okay, das ist big. Alter, wenn du so, wenn du so an die, wenn du so an die Drachen denkst von House of the Dragons und dann mit One Piece, Digga. Die haben quasi schon bestätigt, dass sie es synchronisieren mit denselben Stimmen. Wo denn? Zumindest da der Schlauch. Wo haben die das denn bestätigt, Bro? Ringe der Macht hat doch ein hohes Budget und war auch leider nicht Bombe. Ja, ja, also ein hohes Budget heißt nicht, dass es gut wird, das möchte ich auch nicht sagen. Aber ein hohes Budget heißt für uns erstmal als One Piece-Fans, ähm, ne, ein bisschen aufatmen, dass die Effekte nice aussehen werden. Wenn die Welt nur gut aussieht, bringt es nichts. Ja, ich sag's euch, wenn die Direction Müll und so ist, dann, äh, dann war's das. Ich sag's euch, dann ist, dann ist eh over. Aber wo endet man, Guys? Wo endet man? Ähm, Ruffy besiegt, besiegt Arlong? Oder Ruffy, Logetown in Richtung? Wo würde man enden? Shoutout an den lieben Desner the Dwarf, 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 der grad im, äh, im Chat ist und ein bisschen unterschüss mit Infos. Ich will sagen, ich denke, mein Lieblingscharakter in der Live-Aktion ist Mihawk. Okay. Obwohl, Bisparatil würde auch Sinn machen. Also, der Typ hat grad gesagt, dass sein Lieblingscharakter wahrscheinlich Dings sein wird. Falk tut auch gut. Alter, was habt ihr denn für ein Callie gehalten? Sicher kürzen sie einiges, äh, weil One Piece für die Länge bekannt ist und Netflix die Serie immer nach ein, zwei Staffeln absetzt. Ja, ich find aber, ich find aber East Blue Saga und so kannst du sehr clean adaptieren, ohne viel zu skippen. Wenn ihr mehr wissen wollt zu One Piece, checkt auf jeden Fall den Kanal ab. Seht ja 90.000 Aufrufe, also, was das angeht, ist der, der Dude auf jeden Fall am Start mit, äh, News. Deswegen geht er auf jeden Fall rein, Guys. Geht er auf jeden Fall rein. Ja, hier lass mich überraschen. Endless Neon ist, glaub ich, die beste Attitude, die du haben kannst, um da reinzugehen. Äh, ich glaub, allein durch, durch, durch Death Note ist das alles ein bisschen vorbehaftet. Und, äh, es ist vielleicht bei den kleinsten Sachen schon Hate sein. Ich sag immer noch, I don't know, man. Ich glaub, das, das ist eher nicht so, aber ich, ich lass mich sehr, sehr gerne überraschen. Also, den Help Me Moment, der, der, hat der Director schon als sein Favorite in der ersten Staffel genannt. Ey, ich bin echt gespannt. Ich weiß auch gar nicht, wie ich Content dazu machen soll. Also, also, watch ich mir da schnell rein? Und mach dann so ein Video zu? Mach ich Reactions dazu? Naja, I don't know. Musst mir mal auch noch überlegen. Am Ende, ich sag euch so, wie es, wie es ist so. Also, Corby Casting haben die völlig reingeschissen, ne? Da, also, sorry an die Casting-Crew und so. Und sorry an den Schauspieler, der es geworden ist, aber ich muss dir da sagen, Corby Casting wurde absolut reingekackt. Es gab so gute Kandidaten. Ich nenne jetzt keine Namen, aber es gab wirklich sehr gute Kandidaten. Und, äh, ja, also, ne, weiß ich nicht. Da, da wurde nicht der Beste gewählt, meiner Meinung nach. Aber was, 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 was weiß ich, was weiß ich. Folgensprechung. Weiß man schon, ob das, ob das als, na gut, das weiß man safe nicht. Aber mich, ich würde die Frage stellen, droppt das als sofortige Staffel oder droppt das wöchentlich? OP-Theorien für Live-Action, wer könnte dieses mysteriöse Falkenauge sein? Aktueller Stand ist Weekly. Alter, Weekly wäre, Weekly wäre echt, egal. Obwohl, ich glaube, ich glaube, beide Modelle würden sehr gut funktionieren. Macht Netflix dann eher alles und nicht wöchentlich? Also, Netflix macht eher alles, aber ich würde sagen, in letzter Zeit sind sie auch, äh, auf das wöchentliche Modell umgeswitcht bei einigen Serien. Ja, gut, wird spannend, wird spannend, äh, ich hoffe, ich, 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 ich hoffe mal, dass wir bald mit einem Teaser rechnen können. Also, Ruffy, Digga, passt, ich sag euch ehrlich, Ruffy, passt, passt nicht. Keine Ahnung, also, bei Ruffy bin ich immer noch so, passt, passt irgendwie nicht. Keine Ahnung, bin ich, kann ich nicht entscheiden. Zorro, Zorro, äh, find ich nice. Ich find Nami ist auch gut gewählt. Lusop, find ich sehr gut gewählt. Ich weiß nicht, der gibt mir einen richtigen Lusop-Vibe, aber der, der macht Lusop so auf Drippy, auf Swaggy. Das, das kann sehr cool werden. Äh, Enel haben die auch, find ich, sehr geil gecastet. Sehr nice. Shanks, Digga, weiß ich nicht, kann aber funktionieren. Ja, der ist mir egal. Corby, Digga, also Morgan Davis, das tut mir vom Herzen leid, aber wir, morgen, Digga, ich weiß es, du weiß es. Du bist, also, ne, du, du weißt, wer der richtig ist. Und ich weiß es auch, also, lass mir das so stehen. Allwider, gut, allwider, für die paar vergübt mich das nicht. Hey, Meppo. I know, man. Captain Morgan, actually nice. Hier nochmal, äh, links gecastet. KLS für Marinesoldat, cool. Äh, Buggy, Buggy, actually big. Buggy, actually big casting. Ist irgendwie, kann nice werden, wenn er den Körper verkauft. Kabaji, geil. Digga, old ass Shushu, geil. I don't know. Rolkaia haben die ganz anders gedraftet. Gedraftet, wollte ich schon sagen. Gecastet, okay. Aber, ist ja, ich war für die Verfolger, ist nicht so wichtig, Digga. Ich bin gespannt, was mit Mörder, Zwiebeln und Paprika sein wird. Äh, Captain Black. I don't know, is it alright. Full Body passt echt gut. Oh, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Ich glaube, die ist sowieso voll unwichtig. Äh, ja, Jeff, fühle ich, fühle ich. Mio kann ich noch nicht so einschätzen. Arlong, ja gut, da wird ja wahrscheinlich noch kompletter Fishskin kommen. I don't know. Vielleicht gilt für den, Homie. Namys Schwester. Oh nein, ich dachte, dass sie für Garb Arnie nehmen würden. Leider haben sie Arnie nicht genommen. Äh, aber es sieht auch gut. Winston Regan, Regan, Regan sieht nice aus. Sieht cool aus. Ja, Cast ist eine Sache. Es geht, es geht einfach darum, wie die Direction zu sein wird, ne? Aber was ist denn, ist denn in Carsten Reed irgendwas drin, was wir noch nicht gesehen haben? Ah, okay, er hat hier eine kleine Compilation von den Schauspielern. Okay, da gucken wir noch ganz schnell rein und dann bende ich das ganze Thema hier. Also, diese Emily Root finde ich sowieso echt gut gecastet, äh, für, für Dingens, für Nami. Und ja, ich weiß, dass die horny Typen auf Twitter wieder schreiben werden, Körbchengröße passt nicht und so. Aber ganz ehrlich, Digga, wenn du den Take hast, ey, bist du auch komplett lost. Dann, äh, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. Dann, äh, weiß ich auch nicht, Digga, wirklich. Also, wenn wir uns darüber aufregen, dass irgendeine Brustgröße nicht passt, Digga, ist alles verloren. Ist das nicht die von Straight of Things? Also, das ist ihr Nami, aber eventuell machen sie das CGI und hatet nicht mehr. Also, Lilpup, ich sag dir ganz ehrlich, wenn die ihr CGI Brüste machen, dann ist unsere Gesellschaft völlig verloren. Ey, ich sag dir ehrlich, ich bin so sold an den Typen, ne? Der hat mich komplett gesoldet. Also, ich bin voll on board für Lysop. Ich bin richtig on board. Er ist, er kann Lysop soo dränkig und drippy machen. Ich hab da so Bock drauf. Er kommt, Digga, er kommt mit seinen 8000 Männern. Ich sag's euch. Ja, wie er, er kriegt keine lange Nase. Wenn er keine lange Nase bekommt, ist die Adaption am Arsch. Okay, ich sag's euch, ich sag's euch, ich sag's euch, ich sag's euch. Boah, ich, ich glaube, er kann wirklich einen sehr, sehr drippy-coolen, äh, Sanji spielen. Glaube ich schon. Ich glaube, er könnte, äh, so, ich bin gespannt, wie das auch mit Zigarette machen, wenn und so, aber er hat das Potential dazu. Ja, ja, Geist, ich weiß, Nami hatte keine Doppel-D am Anfang. Aber wenn ihr euch Material anschaut zu vergangenen One Piece im Aktuellen, dann will man ganz klar kommunizieren, Geist, ihr hattet auch früher diese anderen Waffen. Ich weiß auch nicht, was mit Sanji hier los war mit der Pizza, aber... Digga, Mugen Train Live-Action-Adaption, oder was? Wenn Zorro, wenn die Live-Action-Adaption von One Piece nice wird, okay? Und Zorro, einigermaßen gut acted, macht euch bereit. Ihr, ich sag euch jetzt schon mal, versucht jetzt eine Freundin zu finden. Weil Post One Piece, ihr werdet es nicht schaffen, die Frauen auf Twitter und überall, die werden nur noch auf Zorro abgeht. Ich sag's euch, ist vorbei, ist vorbei, Geist. Actet jetzt, wo ihr noch Zeit habt. Wenn Zorro kommt, es ist over. Das Beste an Zorros Schauspieler ist, dass sein Vater ein bekannter alter Schauspieler in Japan ist, der früher viele Samurais gespielt hat. Digga, mit historischem Hintergrund. Ja, parale, no, Mandrill, o te parto el Cogote. Dejalo in Paz, Cristina. Echt, die, die, die dich verletzt hat. Enana de Mierda. Also, Ruffy weiß ich nicht. Da haben viele im Vorfeld gesagt, dass sie es sehr fitting finden. Ich fand, ich weiß nicht, aber Ruffy ist auch sehr schwer zu casten, weil Ruffy ist so ein guter Charakter. Ich hatte diese eine Serie auf Netflix von dem Typen gesehen, da fand ich den echt nicht gut. Ähm, aber natürlich heißt es ja nicht, dass er jetzt in dem Live-Action-Ding auch schlecht sein muss. Aber da fand ich den echt nicht so gut. Pega'le, Pedro! A ver? Pega'le, Foforito! Danke für den Pitch, Dessnaz. Sehr, sehr big. Ja, One Piece Live-Action. Äh, lassen wir uns drauf ein. Irgendwann kommt Release-State. Wir werden sicherlich nur mal das ein oder andere Mal reden auf dem YouTube-Channel, aber... Äh, ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, geile CGI-Action. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool, wenn das alles klappt und cool wird. Beziehungsweise, optimalerweise wäre es natürlich so, dass man vieles nicht mit CGI löst, so Schwertkämpfe und so. Aber, naja, werden wir sehen. Sehr gespannt. Äh, ich bin gespannt auf eure, auf eure, auf eure Meinung in den Kommentaren. Und, äh, ja, lasst nur noch oben da ein Abo auf den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!